HALTER! Lalalalalala Lalalalalala Yo yo Zocker, willkommen zu Trials Fusion. Heute spielen wir wieder drei Maps, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Mit mir dabei ist der Patrick wieder, hallo. Hi, heute gibt's Karotten. Heute gibt's Karotten, nämlich Peace and Carrots heißt die dritte Strecke, die wir fahren. Ja, ja. Vorher gibt's diese anderen drei hier. Pain Island und Forest Glow. Genau, los geht's. Und ich nehme jetzt, oh Gott, welchen nehme ich denn jetzt? Pit Viper. Ich nehme Tokabander, so. Ich nehme Miles Quad. Aber wobei ist ja eine einfache Strecke, ja gut, da kannst du vielleicht sogar noch mit Glück haben. Vielleicht. Okay, hallo, guten Tag. Fährt jetzt einer gegen den Frost? Nee, oder was? Okay, ich bin oben. Alter, gehst du ab. Na, oben. Oh, ich hab ein bisschen Speed, glaube ich. Alter, bist du schnell. Ja, Alter, bist du schnell. Ja, Alter, bist du schnell. Ich fliege, ja. Alter, bist du schnell. Warum bist du so schnell? Ich kann, mein Freund. Du hast hier bestimmt so gelbe Blubberblasen eingesammelt und ich kacke ab. Nein, wir sind, ich bin auch abgekackt. Wir sind nicht bei Rocket League. Oh, schade. Naja. Wo geht's hier hin? Hier. Wow, Alter. Das Ziel. Ich bin ein Ziel. Ich hab's mal geschafft. Alter, ich hab's mal geschafft. Und auf jeden Fall Patrick. Ich bin auch abgesprungen, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Ha, wieso hast du mehr Punkte, du Arsch. Nee, ich hab mehr Punkte schon. Ich bin der Arsch. Herzlichen Glückwunsch, lieber Fly, für diesen ersten Sieg. Ja, ich nehm jetzt wieder Zeroes. Aber jetzt gehen wir in den strahlenden oder, was heißt Glow? Glühende? Forest Glow, ja. Der glühende Forest. Glühende Wald. Ja. Oder vielleicht brennt er auch. Nee, Glühwürmchen! Nee, ich denk mal, es ist auf die Glühwürmchen angelegt hier. Glühwürmchen! Jo, ich mach da kein Fail. Boah. Warum glühend Glühwürmchen eigentlich? Weil sie viel Chili essen. Alter, wieso kann ich jetzt dieser... Also sie essen viel Chili und halten sich dann auch beim Furzen Feuerzeug an der Arsch oder so? Ich glaub, die Strecke hatten wir schon mal. Aber egal! Also mir kommt sie grad nicht bekannt vor. Ah, dann hatten wir eine ähnliche, keine Ahnung. Wahrscheinlich eine ähnliche. Ja, wieso lande ich denn auf der Rampenecke? Weiß ich nicht. Äh, so wie war das mit dem Glühwürmchen und dem Chili? Das fliegt doch ganz drüber. Dann fliegen wir halt nicht ganz drüber. Wie war das mit dem Glühwürmchen und dem Chili jetzt? Ja, die fuchzen halt. Und dabei haben die immer einen grünen Arsch. Deswegen. Ach so. Ach so. Oh, was mach ich hier? Also, unser einer muss sich ja ein Feuerzeug dran halten. Sonst klappt das nicht so ganz. Glühwürmchen, geht das wohl so. Alter, ich kann nicht mehr fahren. Ich bin jetzt voll... Alter, hier ist ja... Ich dachte grad, hier wär ne andere Stelle. Entschuldigung, da muss ich ganz kurz lachen. Ich dachte, ich wär... Wow, Alter. Seven, six, yes. Oh, wow. Bums. Ich knall auch mein Ziel. Schön. Das war jetzt einfach und mittel und jetzt kommt's schon wieder schwer. Ja. Ja, und dann werd ich die dann wieder richtig schön verlosen, ladies and gentlemen. Du solltest dann die Pit Viper nehmen. Ich nehm jetzt wieder... Nicht die Rabbit. Okay. Ich nehm jetzt die Pit Viper. So. Auf Patricks Anraten. Ja. Immer das. Und die flutscht mich jetzt wieder unterm Arsch hinweg wahrscheinlich. Okay. Okay. Rastet aus. Hihihi. Nein, 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 nein. Wie fahr ich denn hier immer? Ich bin ja ein Depp, ey. Nein, scheiße. Was machst du da? Nein. Hängst du da so rum, ey. Ich chill mal ein bisschen ab, weißt du, so. Ich auch. Guck hier unten. Ich chill hier ab, so. So geht's nicht. Oh, der ist gut, der ist gut, der kommt gut, der kommt. Ich komm da nicht mit. Oh, der ist ja noch höher. Hilfe. Die nächste ist auch toll. Alter, was zur Hölle. Okay, die ist wirklich schwer anscheinend. Ja. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich häng jetzt ein bisschen rum hier heute. Auf den ersten komm ich super drauf, aber auf den zweiten nicht. Auf den zweiten komm ich immer mal wieder so drauf. Wenn's nur in der Kopf ist. Ach so. Ich glaube, er muss auf dem zweiten stehen bleiben dann auch, um auf das nächste zu kommen. Nein, was mach ich denn? Da noch diese chillige Musik dabei, ey. Ich hack gleich mal die Fresse ein in jemanden, ey. Ja, ladies and gentlemen, so sehen wir aus, wenn wir schwere Schlecken spielen. Wir kommen nicht über diese... Ich hab keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Mu 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 mu. Say heyo. 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 HALTER! Lalalalalala. 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 So. Das wollte ich mal loswerden. Oh, jetzt hängt das vorderab wieder fest. Oh nein, jetzt bounce ich wieder. Ich hasse die bouncy-pouncy hier, ey. Fuckti-fuck. Nein! Liebe Leute, es wird nichts mehr heute. Doch! Liebe Leute, es wird nichts mehr heute. Hallo! So, ähm, wo kann man aufgeben? Lass mich wenigstens den nächsten Checkpoint sehen. Ja, ne? Das wär doch mal was. Und dann kommt noch ne schwierigere Stelle. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, ich bin oben! Fick die Wand an! Entschuldigung. Ja, ich nicht. Ich bin oben! Ich bin oben! Leckt mich doch allemal! Ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Wie soll ich das denn schaffen? Ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin im Checkpoint! 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 Äh... Ähm... Hallo! Hahaha! Das ist ja schön. Sieht ja schön aus da oben! Nein! Du! Okay! Hä? Wie soll man das schaffen? Ja, das geht! Das geht! Das geht! Ich war grad drüben! Alter! Ah doch! Das ist nicht so schwierig! Okay, ich zieh! Ich zieh! Alter, ne! Nicht rückseits runterfahren! Oh! Ich fahr auch rückseits runter! Tschö! Ne! Ha! Nein! Jetzt lebt er sich nach vorne! Der spasst hier! Alter! Liebe Freunde! Es wird nichts mehr heute! Hui! Tschüss! Dieses Spiel ist zum letzten Mal auf meinem Kanal! Das hast du schon mehrmals gesagt, ne? Das soll ja auch ein Running Gag werden, Depp Mensch! Ach so! Das Spiel gibts zum letzten Mal auf meinem Kanal! Ich will nicht mehr! Lass uns das alles spielen! Nein! Ab morgen gibt's Super Mario Bros. 1 auf meinem Kanal! So, ich lasse meine Zuschauer jetzt nur noch diese schöne, chillige Musik hören! Oh Mann! Hm! Alter! Ist doch nicht euer Ernst hier! Also diese Strecke hat schwierig verdient! Oh! Ne! So macht man's nicht! So auch nicht! So auch nicht! So auch nicht! Es wird noch viel schwieriger hier, ne? Wollte ich nur mal so sagen! Hä? Hä? Wie macht mir das keiner? Fly ist gar nicht mehr da! Fly hat aufgegeben! Ne, er fährt! Er bewegt sich nach oben! Oh, die Forst hat er sich jetzt gemutet! Hahaha! Ich bin bestimmt am fluchen! Fluchen ist fly! Es muss doch irgendwie gehen! Ich war doch grad schon oben! Kann man nicht einfach... Huiiii! Hahaha! Nein! Fly! Was denn?! Hahaha! Ich bleib jetzt hier! So! Wir sehen uns in der nächsten Strecke wieder! Tschüss! Bei mir nicht! Bei mir geht's hier noch weiter! Ich will das jetzt schaffen! Ich bin ein wenig ehrgeizig, was das angeht!